Wir haben ja jetzt noch fünf Minuten auf der Uhr, das Ergebnis ist relativ eindeutig. Bleibt für uns die Aussicht mal in die Zukunft zu sehen. Wir haben einerseits gesagt, Schafferhagen ist jetzt nicht so gut gelaufen, die letzten drei Spiele. Voraussichtlich drei Niederlagen, wenn man die heute mit einbezieht. Jetzt kann man aber sagen, dass es bei Bansko ja heute auch alles andere als gut lief, gerade in der ersten Hälfte. Und jetzt hat man die erste Hälfte schlecht gespielt, ist quasi mit einer, ich will nicht sagen schlechter Einstellung, aber letztendlich doch, ins Spiel gegangen. Hat es trotzdem klar gewonnen. Wie reagiert man da als Trainer, damit das die nächsten Spiele nicht wieder passiert und dann in einer Niederlage endet? Man muss einfach auf die Stärken eingehen, die die Mannschaft in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit gezeigt hat, beziehungsweise im zweiten Spielabschnitt. Ich glaube, kein Trainer ist traurig darüber, wenn die Mannschaft sich zehn Minuten schlecht startet, aber dann so deutlich gewinnt. Klar, wenn man von Anfang an wach ist, dann kann man die Spiele noch deutlicher früher entscheiden. Aber so spielt eben halt ein Tabellenführer. Ganz einfach. Gut, und jetzt haben wir Daniel Wach, der da am Boden liegt. Und mit einem Eisbeutel, das kommt im Spiel leider auch mal vor. Das ist das Spiel von Daniel. Sehr körperbetont, immer nah an der Deckung ran. Das ist immer natürlich eine Gefahr für ihn selber auch, dass er eben halt solche kurzfristigen Verletzungen mit abbekommt. Das ist ein Spiel über Jahre hinweg. Ich denke, da hat er sich lange genug drauf einstellen können. Hat viel auf die Socken bekommen. Also ich denke, dass es auch nach einer kurzen Pause, beziehungsweise im nächsten Spiel viel weitergeht. Ja, aber sein Bruder, können wir es ja sagen, wir können sie ja jetzt super unterscheiden, weil Christian mit kurzen Haaren, du hast es angesprochen, wird jetzt die Position bei ihm einnehmen. Und er hat bisher auch ein gutes Spiel gezeigt. Ich denke, dass man mit der Mannschaftsleistung von Bansko im Großen und Ganzen zufrieden sein kann. Natürlich herausheben muss man heute die Torhüterleistung, weil die war sensationell und ein deutliches Indiz für diesen klaren Sieg auch. Ja, das sah jetzt ein bisschen aus wie mit dem Kopf durch die Wand von Guido Kröger. Also ich möchte den Ball unbedingt reinwerfen. Und das führt nicht zum erfolgreichen Stoffmann-Hagen-Abwehr. Ich kann ihn da so weit am Wurf hinnehmen, dass er nicht ins Tor geht. Jeder Spieler sucht natürlich jetzt noch zum Ende sein Erfolgserlebnis, Guido auch. Und wer Guido kennt, der ist heiß, der will immer, spielt mit 120 Prozent Einsatz und das hat er eben gerade nochmal deutlich gezeigt. Das Zeitspiel angezeigt durch die Schiedsrichter. Robert nimmt sich seinen Wurf. War ein bisschen eng der Winkel. Dementsprechend konnte der Torwart den Ball abfangen, aber abgeschlossen werden musste. Es war ein passives Spiel angezeigt. Robert hat eine ganz spektakuläre Art und Weise, in den Gegner reinzuspringen oder in den Kreis reinzuspringen. Das macht sich das Leben nicht gerade selber damit leicht. Ja und der passt an den Kreis, kommt nicht. Und jetzt das nötige Glück, was du angesprochen hast. Und dann das Tor von Robert Schneidewin. Und die Verletzung von Roberto Wolf. Aber wieder den spektakulären Sprungspiel von Robert gesehen, der dadurch natürlich versucht, noch ein bisschen mehr an Höhe zu gewinnen, um mehr Zeit zu haben, um den Torwart zu verladen. Ja, also beide Alternativspieler, Bansko, die alternativ dazugekommen sind. Robert Schneidewin und auch Robert DeWolf vorher mit diesem Tor und vorher auch Roberto mit seinem eigenen Treffer. Passt alles momentan bei den Banskoern. Wieder technischer Fehler gegen Glütermann abgepfiffen. Und Oliver Wickel gegen Christian Langer keine Chance. Und wenn man das Tor für Staffel wagt. Ja, wir haben noch zwei Minuten bis zum Ende des Spiels. Können wir mal ein bisschen ausblicken. Du musst morgen selber ran mit deiner Truppe, gegen wen geht's? Wir spielen morgen gegen die Mannschaft aus Rostock Süd, die bisher ein Spiel hatte, das Unentschieden gegen Barth, 18-18. Wir müssen super gehalten. Also da gibt's keine zwei Meinungen. Der Mann, das Spiel, ist heute ganz klar Christian Langer. Nein, wir spielen morgen gegen Rostock Süd. Für uns ein weiteres schweres Spiel in Richtung Klassenerhalt. Das muss man so sehen. Und zwei Minuten nochmal gegen Lars Glütermann. Torwartwechsel nochmal, 15 Meter. Ja, und wie gesagt, wir sind morgen personell stark geschwächt nochmal. Wir werden vielleicht acht, neun Spieler nur zum Spiel zur Verfügung haben. Zwei Torhüter davon. Das ist natürlich alles andere als einfach. Und gerade wenn man das Spiel letzte Woche gesehen hat in Stralsund, wird es schwer für unsere junge Truppe morgen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du sagst, dass das Torwart wechselt, ob er den Ball nochmal und den fängt er gerade. Da steht die Halle und da sind auch alle zufrieden. 38 zu 24 für die SG-Bandskollegen. Es bleibt dabei. Und die Halle steht natürlich jetzt. Ist das so die Halle morgen auch zum Stehen? Ich hoffe natürlich, dass meine Mannschaft zumindest eine deutliche Leistungssteigerung im Gegensatz zur letzten Woche hat, weil da haben wir auch ohne Einstellung gespielt, das muss man ganz klar sagen. Wir haben zu Recht so hoch verloren, das lag mit an uns selber. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass, mal arrogant gesprochen, die erste Damenmannschaft morgen unser Vorspiel macht im DHB-Pokal gegen Nordharesley. Dadurch sind natürlich einige Leute in der Halle. Und wir hoffen dadurch, dass einige da bleiben und unser Spiel mitverfolgen. So, jetzt passive Spiele angezeigt durch die Schiedsrichter. Christian Bach muss abschließen. Und es gibt Torwartabwurf. Für Staffenhagen. Und wir haben jetzt noch drei Sekunden auf der Ohren, die wird Staffenhagen sicherlich runterspielen wollen. Sie sollen jetzt das Spiel ruhig zu Ende bringen. Hat nicht ganz viel D40 gepackt. Weil man natürlich auch nachher Birger hat umgestellt, hat viel versucht. Und dadurch wirft man ja noch weniger Tore. Ja, das war ein Wurf, der geht an den Kopf. Der Torwart beschwert sich nicht, aber nach Regelauslegung Wurf an den Kopf nicht so gern gesehen im Handball. Und das Spiel zu Ende. 38 zu 24 siegt die SG Banskuletschen. Gegen den Staffenhagen. Ich bedanke mich bei Steffen Franke, dass er mir mit seinem Kommentar zur Seite gestanden hat. Ich wünsche dir viel Glück morgen fürs Spiel. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder bei euch in der Halle. Und gucken uns das Ganze mal an. Und gucken, ob seine Mannschaft das beherzigt, was sie hier heute gesehen hat. Danke. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja. 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 Ja.